Stegis Pass auf! Ich sterbe! Ich sterbe! Los! Ich baue direkt einen Baum ab. Ich baue direkt einen Baum ab. Ich stelle mich mal so hin, dass ich C.O. dahinten sehe. Stegis neben mir? Kann man eigentlich blocken, um die Mann zu zeigen? Ich weiß es nicht. Hier sind keine Baumstämme, hier sind keine Baumstämme. Oh, es leckt ein bisschen. Okay, Stegi ist weg vom Wald. Also, was mache ich jetzt? Neben mir ist Moondie, der holt sich Pilze. Da ist auch Gomme. Oh, um Gottes Willen. Ja, also bei mir ist nur Zeo, glaube ich. Scheiße, Schmocki ist bei mir. Oh Gott, okay. Okay, ich habe Schwert und Axt. Das ist Mitsuri, das ist Mitsuri. Ja, ihr seht hier nicht, wo seid ihr? Oh Gott, ich falle hier ins Loch, alles klar. Wo ist Mitsuri? Da rechts sind welche, da rechts sind welche. Das ist Kev, oh mein Gott. Nein, 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 lass uns niemanden angreifen, oder? Wo seid ihr? Zombie, Zombie, Zombie. Ich bin bei dir. Ja, 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 ja. Pass auf, kein Fall. Warte, ich kann ein paar Suppen machen. Ich kann vier Suppen, zwei Suppen. Hey, du warst gerade bei uns. Komm wieder zurück, wo du gerade warst. Wir sind auf der Steilfläche, auf der Steilfläche. Da vorne ist Flo, Flo, Flo hinter dir. Hinter dir Flo, hinter dir. Hier hast du richtig viele vorbeigelaufen. Ja, ja. Zu Davy sind richtig viele. Davon ist ja total. Da ist Hugo, let's Hugo. Wollen wir den töten? Ja, der wird sich nicht tausen. Wir wollen den eigentlich auch nicht, oder? Ja, ne, ne. Ne, wir wollen ja auch nicht schwerben jetzt in der ersten Folge. Lass es mal hier vorne vorbei, ja. Uff, Junge, Alter. Hier ist ne Werkbank, Werkbank. Ey, wir sind nicht für das Blatt, hab ich gelesen gerade. Oh, kein Fall-Damage nehmen. Da vorne ist jemand? Alex, Alex. Wollen wir mal töten? Ja, komm. Alter, ich glaube, hat schon jemand für das Blatt gemacht? Ja, das sind auf jeden Fall schon Leute. Ja, der läuft vielleicht Scheiß auf den Scheiß. Ne, 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 wir gehen da nicht hin. Da ist jemand vor uns. Ja, ja. Ich weiß nicht, wollen wir den angreifen? Aber er hat sich geduckt, der will auch kriegen. Doch mal ein bisschen nach links, aber ein bisschen nach links. Hier ist es mir ein bisschen zu dicht. Da ist auch Paul-Terra. Ey, lass mal links auf... Ja, deswegen auf einer großen Fläche sind wir als Team besser. Okay, okay, okay. Wir gehen runter, wir gehen runter. Okay, lass hier rechts entlang. Weil da wollten die anderen auch sein. Genau, genau, dass wir die anderen irgendwie noch abfallen. Ey, warum rippen die denn? Oh, ich hab Hunger. Alter, Paul-Le-Boyle, Crafting-Pad ist tot. Da unten ist nicht Nilo. Und der hat sich hier straight runter gebaut. Patatel ist auch direkt gestorben, ne? Lass mal einen Korn essen. Aber lassen wir ihn in Ruhe, oder? Wo ist Nilo? Springen wir am besten nicht. Ja, ne, ne, greifen wir nicht an, außer der greift bei uns an. Orange im Orange war First Blood. Ah, da sind die. Ja, 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 ja. Mega, mega. Oh mein Gott. Sehr geil. Pass auf, dass ihr euch nicht aus Versehen schlagt, ey. Chris, wir Steinschulbesitzer, wir könnten eigentlich sinnvollere Dinge tun, als sie stehen. Da unten ist einer. Wo? Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Da vorne, Auxi, 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 Auxi. Ja. Das ist bei uns im Team. Das ist bei Brian. Das ist bei Brian und Micha. Micha, Auxi, sehr schön. Wir sind bei 38. Reicht das? Für Eisen eigentlich schon, ja. Und Brian ist auch da. Gehst du gerade aus? Nice, nice, nice. Wir sind alle, wir sind alle, kommt mit. Ich hab ne Hülle, ich hab hier ne Hülle, eine Riesenhülle. Mega, 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 mega Hülle. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Töte ihn. Nein. Ja, gritt ihn weg, gritt ihn weg. Oh shit, bei mir ist irgendwas. Ja, aber er ist ja schon in der Hülle, die wir nicht mehr reingetraut haben bis jetzt. Wo ist er da schon drin? Ja, weil wir, weil wir, Leute, wir haben jetzt noch ne halbe Stunde, wir sollten wirklich langsam mal in diese Hülle gehen. Ja, vor allem produktiv sein. Wir sind acht Leute, wir sind acht Leute. Ja. Achtung, passt auf, schlagt euch nicht gegenseitig, Leute. Was macht die denn da? Aber guck mal, der hat aber die Eisen gefunden gedroppt. Wir können rein, wir können rein. Okay, ich bau hier direkt Eisen. Jesse, komm her zu mir. Wo bist du? Du bist in der Hülle, oder? Ich hab Angst zu mir. Dann kannst du dir gerne welche nehmen. Da schießt jemand. Was denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir können uns zwei Wölfen holen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nimm du den. Aber Wölfe sind beim Team richtig riskant. Das stimmt, stimmt, stimmt. Hat da jemand eine Suppe? Weil schlägst du aus, dass ihr mit der Hand als E-Mate? Keiner soll Wölfe. Äh, ich kann dir das abgeben. Ich hab Suppen. Nessi, brauchst du Suppen? Ja, ich bin mit dir hoch. Oh nein, oh nein. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir haben keine mehr. Ich hab noch eine. Noch nichts essen. Noch nicht essen. Du gehst nur auf ein halbes Herz runter. Nein, ich hab ein halbes Herz. Ehrlich? Nein. Ich hab ein halbes Herz. Nein. Warte. Nein, nein. Warte, warte, warte. Nee, hat aufgehört. Ihr habt aufgehört. Ja, nein. Oh mein Gott. Alter ey. Okay, lass... Spannung aufgeworfen. Spannungskurve. Okay, wer geht mit... Achtung, da hinten ist ein Skelett, by the way. Ich hab... Oh, die Hexe, die Hexe, die Hexe, die Hexe, die Hexe, die Hexe. Aber da ist doch jemand eingebaut von uns. Ich bin hier, Leute. Ja, die Honey ist da eingebaut. Ich hab ein halbes Herz, ja? Ich hab ein halbes Herz. Hallo. Hey. Ja, lass hochgehen, Martin. Schnell ein paar Holz in. Wir müssen... Wir müssen aber Honey retten. Ja, bitte. Rettet Honey und mich, bitte. Wir werden grad für Hexen angegriffen. Wir brauchen Blumen und Pinze. Wir brauchen Suppen, halt. Ja, aber wie... Was machen... Ich habe ein halbes Herz. Ja, wie soll... Was sollen wir tun? Ihr sollt hochgehen und diese... Ja, genau. Ey, lass mal Lagerpfade. Lass uns erstmal Holz holen, oder? Ich bin jetzt bei den Steindringern am Strand. Ja, wir sind da auch. Warte, wir sollten dich dann sehen. Honey fitz. Oh, bitte. Okay, wir kommen am Strand. Wir gehen ganz an den Strand. Wir gehen einfach an den Strand, genau. Wir beide angepustet. Ja, einfach erst mit dir chillen. Sag mal kurz ganz, ganz kurz. Hast du... Hast du... Hast du... Hast du... Hast du... Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wir gehen die töten, oder? Ich hab Angst. Ja, wenn ihr wollt. Macht euch Boote. Nein, 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 nein. Aber ich würde erstmal den anderen retten. Lass uns doch erstmal helfen. Ich weiß halt nicht, ob das von anderen Leuten ist. Ach, du kriegst es nicht von anderen aus, ja. Ich glaub auch. Lass uns doch nicht mal gehen. Ey, komm alle hoch, oder gehen wir da drauf. Na, wir können doch gar nicht. Nein. Ja, wartet mal. Die stehen da, die stehen da. Faltet nicht. Faltet nicht. Faltet nicht. Faltet nicht. Lucky Luke. 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 Ich hab den Skelett. Ich hab den Skelett. Wo seid ihr? Brauchst du Licht? Oh, noch eins. Nee, nee. Ich mach mir. Hello, Jesse. Komm zu dir. Siehst du mich? Ich bin fünf Meter neben dir. Ich baum mich grad durch. Oh Gott, das wäre okay. Oh Jungs, nein, das war doch dumm. Oh, das ist auch jemand von euch. Oh, Mr. Moor ist einfach hier. Nein, Moor ist bei uns. Wo? Aber er zeigt Frieden an. Er zeigt Frieden an. Oh, Mr. Moor ist einfach. Ja, tatsächlich einfach bei uns. Entsseek. Er ist einfach hier. Entsseekt, er ist einfach hier. Entsseekt, er haut ab. Entsseekt, er haut ab. Er hat uns angesneekt. Er wollte uns nicht angreifen. Er stand direkt neben mir. Okay. Mr. Moor, ich sneak ihn an. Ja, okay, okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben den ersten Tag gleich überlebt. Oh mein Gott. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und überlebt. Er war es nicht down. Okay. Müssen wir selber gehen? Was ist, wenn man jetzt stirbt? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt raus? Bei, ich weiß auch nicht. Disconnecten? Ja, warte mal. Was müssen wir machen? Okay, Mark schreibt bei. Ich bin noch nicht drunter. Ich bin noch nicht drunter. Ich bin noch drunter. Ah, jetzt. Okay. Leider haben wir den ersten Tag. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Timo hat es gepackt. Ja, wir haben es echt überlebt. Das Schlimmste ist überstanden. Ja, wir haben es echt überlebt.